Fällt deine Frau nachts auch oft ins Klo, da kackst du einfach neben die Schüssel, kein Problem, we got you back, bro, with Potty Glow. It's your boy Roger Bublé, ich hab mich früher eine ganze Weile auf Kickstarter rumgetrieben, unter anderem auch, weil ich ein eigenes kleines Projekt durchgepresst hab. Und dabei hab ich links und rechts am Rand immer wieder festgestellt, dass es viele andere Projekte gibt, die an Dümmlichkeit, Warnwitz und Scammung nicht zu übertreffen sind. Hier beim Potty Glow, das war auch eine Sache, die ich damals schon gesehen hatte, waren es 3000 Dollar, also das ist gar nicht so extrem viel. Und ja, es geht einfach um dieses große Problem, das wir auf dieser gesamten Welt ständig Jahr für Jahr erleben, und zwar, dass Frauen in Toiletten reinfallen. Alleine schon, wie hier dieses Video konstruiert ist, find ich ziemlich frech, passt mal auf, wie die ganze Sache dargestellt wird. Und zwar sieht man hier in der ersten Sekunde two scientists, also zwei Wissenschaftler von diesem Institut, ja, haben die ganze Schose erledigt, höchstwahrscheinlich in privater Arbeit, wie man am Ende des Videos auch entdeckt. Aber, pass mal auf, nach einer Sekunde, zack, ist es ja weg, two scientists, von, und es steht einfach nur noch California Institute of Technology, Home of Albert Einstein, äh, Stephen Hawking und sogar, Big Bang Theory. Die Leute gucken sich das an und denken sich, ja, Stephen Hawking ist auch auf den Slo gefallen, Wahnsinn. Und jetzt pass auf, äh, es geht weiter, und zwar sagen sie hier, dass dieses Problem, ja, bereits seit 1910 besteht. Also seit 1910 verlieren wir Frauen in Toiletten und, äh, zwar aus genau diesem Grund, passt auf, übrigens kann Potty Glow hier auch nicht weiterhelfen, denn sie hat die Augen geschlossen. Also sie, sie kann auch gar nicht herausfinden, äh, ob das Glow einsatzbereit ist oder nicht, weil sie die Augen ja eh zu hat. Die, äh, Lösung dazu ist natürlich sehr elegant und einfach und, und so weiter und so fort. Und zwar sind das einfach solche, äh, Leuchtinger, wie man sie auch von Kinderzimmern kennt, ne, diese Sternchen. Die Teile kann man sich, das nehme ich euch einfach mal vorweg, äh, einfach in jedem Kinderladen kaufen oder auch ganz normalen Baumärkten, solche Leuchtelemente. Und da sind sie etwas günstiger, äh, als hier eben angegeben. Für diese 10 Dollar bekommt man ein, so ein Potty Glow-Ding. Ich kann mir generell nur schwer vorstellen, dass Frauen wirklich in die Toilette reinfallen. Also ich glaube, dass das auch eher, wenn überhaupt, ein Problem in Amerika ist, weil die Frauen da vielleicht einfach anders sind als hier bei uns. Oder die Toiletten größer, wer weiß. Ich selbst bin zwar Stehpinkler, aber wenn ich mir so ein paar Schokoteile rauspressen muss, dann hocke ich mich natürlich auch hin und stelle mich nicht irgendwie in einem Spagat, äh, über die Toilette. Meine Hinterbacken hatten also auch schon diverse Male Kontakt zu unserer Toilette, aber ich bin noch nie, und das schwöre ich euch, noch nie reingefallen. Ich saß noch nie im Klo drin, sondern immer nur drauf. Aber wohlgemerkt auch nicht auf dem Deckel, sondern wirklich so, wie es sein soll, einfach auf der Klobrille. Ich kann mir sowas wirklich nur dann vorstellen, wenn man betrunken ist. Dann mag es sein, dass Frauen in die Toilette reinfallen, beziehungsweise Männer vor dem geschlossenen Klo stehen, den Dödel raus holen und sich dann in die Hose kacken, weil sie halt betrunken sind. Okay, aber in einem schlaftrunkenen Zustand, da gucke ich doch, wie das Klo da ist. Ich kann doch auch nicht einfach auf den Deckel draufkacken, sondern ich gucke, ist das Klo zu, ist das offen, wie ist es? Und wenn ich nichts zum Leuchten dabei haben sollte, was so gut wie unmöglich ist, dazu komme ich gleich noch, dann lange ich doch mal hin und gucke, ist die Toilette vielleicht zu oder ist es ganz offen? Ach Gott, ich hätte den Tod stürzen können. Wenn man jetzt nicht gerade so einen Turboschitter installiert hat, sondern eine ganz normale Otto-Normalverbrauchertoilette hat, dann gibt es drei Positionen, in denen sie sich befinden kann. Einmal geschlossen, einmal geöffnet und einmal halb, also eben mit Brille. Wir gehen nochmal ein Stück weiter im Video, also es gibt hier halt eben diese Möglichkeit, mit diesem wunderbaren Leuchtstreifen herauszufinden, ob die Toilette geöffnet oder geschlossen ist, wie sie es hier unten auch stehen haben. Also für die Frau, hier, jetzt kannst du dich hinsetzen und hier, oh oh, hier nicht, sonst fällst du rein. Damit könnte man sogar lesen, also angeblich kannst du auf der Toilette hocken und lesen, aber das ist, da holst du dir maximal ein bisschen Augenkrebs, aber mehr wird das auch nicht, denke ich. Dieses obere Bild hebt das untere Bild auf jeden Fall auf. Also klar, wenn man seine Toilette direkt an sein Buch dran hält, okay, dann mag man damit lesen können, aber das ist halt auch echt umständlich. Des Weiteren heißt das ja auch, dass es nicht einfach irgendwelche ganz normalen Glow-in-the-Dark-Kiddy-Sticker sind, sondern das sind richtig tolle Strontium-Aluminate-Kram-Generation-Fats. Wenn man dann hier bei den Kommentaren reinschaut, sieht man, dass es bereits damals einige Leute gab, die ihren Finanzierungsbeitrag zurückgenommen haben, weil die Sachen eben nicht so gelöchert haben, wie sie sich das erhofft haben. Natürlich sind das hier hauptsächlich Frauen, die die ganze Sache vertreten oder eben kaufen, weil scheinbar wirklich amerikanische Frauen ein sehr großes Problem haben, nachts auf die Toilette zu gehen. Tiffany beschreibt ganz genau, dass die ganze Geschichte nicht wirklich lange leuchtet und dass sie die Sache wahrscheinlich, wenn durchgehend das Licht an wäre über Tag, nachts dann funktionieren würde. Aber das erfüllt natürlich nicht den Sinn der Sache, zumal sie in ihrer Kampagne damit werben, dass die Dinger nach 30 Minuten aufgeladen sind. Sie schreibt hier auch nochmal, sie sind nicht wirklich lange geladen und ja, sie hat sie jetzt auch nur noch in ihrer Schublade, weil der Scheiß halt nicht läuft. Und auch Tiffany wird hier wohl auf eine andere Möglichkeit umspringen, da sie halt wirklich täglich ins Klo reinfällt und sie wird sich da eine LED-Lösung zusammensuchen. Ich finde es schon krass, dass es Leute gibt, die für sowas sein Geld raushauen, zumal diese Teile, wie gesagt, für ein paar Euro oder ein paar Dollar einfach erhältlich sind. So schon, da muss man nicht auf Leute setzen, die sieht man hier, wie gesagt, am Ende nochmal. Das Ganze sieht nach einem sehr privaten Projekt aus, also von diesen zwei Leuten. Wenn es leuchtet, könnt ihr euch hinsetzen, wenn nicht, dann fallt ihr rein. Hier steht auch nochmal, dass es mit beiden Lichtarten gut geladen werden kann und sogar mit Katzenenergie kann die ganze Schose aufgeladen werden. Man kann das natürlich auch, wenn man jetzt nicht gerade jemand ist, der ins Klo reinfällt, aufs Klo machen, um das Klo besser zu finden. Auch hier sehe ich Schwierigkeiten, die gar nicht vorhanden sind. Leute, die ihre Toilette ausleuchten müssen, um sie zu finden, haben, denke ich, auch schon Probleme beim Weg überhaupt ins Bad. Da fängt die Problematik schon ab dem Aufstehen aus dem Bett an und da ist ja schon genug Möglichkeit, sich auf dem Weg bis hin zum Bad das Genick zu brechen oder eben einfach in den Flur zu kacken. Und ich denke, aus diesem Grund werden eh die meisten mit etwas bereits anderem wie einem Smartphone oder einer kleinen Taschenlampe bewaffnet diesen abenteuerlichen Weg zum Bad einschlagen und dann im Bad angekommen eben auch aufs Bad leuchten können, um zu sehen, ob die Toilette eben gerade in einem Status ist, in dem man die Toilette gefahrenlos benutzen kann. Außer man ist natürlich wie sie hier und hat die Augen zu die ganze Zeit. Klar, da hilft halt auch Licht nicht. Hast du gesehen, wie sie hingefallen ist? Wundert mich, dass sie nicht in die Badewanne gefallen ist. Ist ja eigentlich genauso gefährlich, ne? Einen Schritt weiter und sie kann in die Badewanne reinäpfeln. Gefährlich. Die ganze Sache wurde auch nochmal ordentlich hochgepusht mit den ganzen Designs, die sie haben. Klar, da greift man natürlich gerne zu bzw. spendet mehr, denn die Designs werden erst freigeschaltet, wenn man XY gespendet hat. Kann man dann sogar auf den Laptop kleben. Man muss halt dann nur aufpassen, dass man nicht nachts vertrant, wie man ist, auf den Laptop pinkelt. Die ganze Geschichte ist natürlich auch wasserresistent. Man kann es also gut sauber machen. Und dann kommen sie ja noch mit Studien, dass wenn man nachts Lichtern macht, dass es nicht so gut ist und Schlaflichter und bla bla bla. Klar, ich denke, dass ist jedem von uns klar, dass man nachts jetzt nicht einfach sein Flutlicht anschalten sollte, um den Weg von der Bettkante zum Toilettensitz zu finden. Wie vorhin erwähnt, werden die meisten eher Smartphone benutzen mit der ganz normalen Bildschirmbeleuchtung, um den Weg in die Toilette zu finden. Also wortwörtlich in die Toilette halt. Also wenn man die Augen zu hat, ihr wisst schon. Ja, das kommt ja noch mit Schwangerschaft und sowas. Das ist natürlich gefährlich. Klar, wenn man nachts das Lichtern macht, da kann man auch ganz schön mal direkt gebären. Und hier ist nochmal der Slogan Don't let her to she hit the rim again. Scheinbar ist die ganze Geschichte auch gut für Tiere. Und ja, wie gesagt, kann man damit auch lesen, wenn man sich das Klo halt rausreißt. In diesem Sinne, kackt gut, haut rein. Bis dann.